Beim heutigen Trainingsvideo möchten wir euch Übungen zeigen mit einem Trainingsgerät, was immer mehr in Vergessenheit gerät, aber so unglaublich vielseitig ist und zwar der Sling Trainer. Der Sling Trainer von Arts Vitality hat eine Besonderheit, dass er hier oben eine Umlenkrolle hat. Mit dieser Umlenkrolle kann man noch viele Übungen durchführen für die Rumpfmuskulatur, man muss sich also ein bisschen mehr stabilisieren. Lasst euch überraschen, wir legen los. Direkt bei der ersten Übung zeigen wir dir den Effekt der Umlenkrolle, weil hier musst du wirklich deine Rumpfmuskulatur richtig gut stabilisieren. Sarah steht jetzt auf den Fußballen. Ein kleiner Hinweis für dich, wenn sie die Füße weiter hinten hat, ist es intensiver. Wenn sie die Füße weiter geöffnet hat, ist es für sie leichter. Das heißt, die Schrittbreite und die Entfernung bestimmt die Intensität. Jetzt hat die Sarah die Griffe auf Brusthöhe und das ist ihre Ausgangsposition, in der sie losliegt mit einer einarmigen Brustpresse. Leg mal los bitte. Stell dir einen Liegestütz vor, bei der du einarmig das Ganze durchführst. Das Ganze macht sie jetzt in einem Bewegungsablauf, bei dem sie immer noch mal kurz anhält. Man kann es sogar, macht das mal bitte, noch mehr in der komplexen Bewegung machen. Und ihr seht, die Rumpfmuskulatur muss viel mehr stabilisieren. Auch bei der Übung 2 wollen wir dir die Vorteile der Umlenkrolle zeigen. Die Füße sind auf den Fersen aufgestellt, du kannst aber auch die Füße flächig aufstellen. Wären jetzt die Füße dichter bei mir, dann wäre es wieder intensiver. Dann greifst du die Grippe, sodass die Handinnenflächen zueinander zeigen und die Sarah zeigt dir jetzt eine Ruderbewegung für die Aufrichtung. Ganz genau. Auch hier hat sie am Ende wieder einen kurzen Stopp. Das Ganze kann sie aber auch in eine harmonische Bewegung verwandeln. Mach mal weiter bitte. Beide Übungen, die Übung 1 und Übung 2, führst du immer im Wechsel durch, jeweils 15 bis 20 Wiederholungen und gerne zwei bis drei Durchgänge. Bei der nächsten Übung geht es uns um die Rumpfmuskulatur, vor allem an der Seite. Wir machen eine Lateralflexion, das ist nichts anderes als eine Bewegung zur Seite. Wir sind hier in den Einhandmodus gegangen. Die Sarah hat den Griff sehr dicht am Kopf positioniert und beide Füße sind direkt hintereinander. Der rechte Fuß ist hinterm linken, weil die Bewegung geht am Anfang nach rechts. Bewege jetzt dein Becken rechts rüber und dann führe deinen Oberkörper zurück. Man merkt manchmal in der Endposition, geh mal bitte zur Endposition, hier manchmal so eine Dehnung sogar im Rippenbogenbereich und dann komm wieder in die Bewegung. Bei der Bewegung empfehle ich dir, dass du dich richtig konzentrierst, dass deine seitliche Bauchmuskulatur dich zurückführt, dann hast du noch mehr Spannung in der Bauchmuskulatur. Diese Übung wird natürlich auch auf der anderen Seite durchgeführt. Das ist jetzt bei Sarah die linke Seite, jetzt hat sie den linken Fuß hinten positioniert und genau das würde ich dir auch empfehlen. Der Neigungswinkel bestimmt wieder die Intensität. Würden die Füße weiter zu mir gestellt werden, ist es intensiver. Zwei Dinge noch, die für dich wichtig sind. Bei der Bewegung auch recht schnell die Gesäßmuskulatur anspannen. Beim Hochkommen den Po richtig festmachen und der Sling an sich bleibt immer auf Spannung, egal an welcher Stelle der Bewegung du bist. Beide Übungen zur rechten und zur linken Seite wieder 15 bis 20 Wiederholungen und das Ganze zwei bis drei Durchgänge durchführen. Bei den nächsten beiden Übungen geht es uns um die Rumpfmuskulatur. Das machen wir am Boden und die Sarah zeigt euch erstmal, wie man optimal in die Schlaufen reinkommt. Dazu setzt du dich vor den Schlingtrainer hin, bringst ein bisschen Spannung mit den Füßen in die Schlaufen rein und drehst dich dann in die Vierfüßlerstandposition und die Liegestützposition. Bei dieser Übung ist es sehr wichtig, dass dein Becken kontrolliert wird, das Gesäß auf Spannung ist und das Becken sogar ein bisschen aufgerichtet ist. Und man sieht und fühlt dann recht schnell, dass die Intensität sehr hoch ist. Jetzt haben wir die Umlenkrolle hier frei. Wenn wir die oben zusammenklemmen würden, haben wir die Umlenkrolle verankert. Dann ist es auch deutlich leichter. Und nur wenn du das hier gut halten kannst, wie bei der Sarah gut zu sehen, dann zieh ein Knie langsam im Wechsel nach vorne und streck wieder das Bein. Mach das jede Seite noch einmal bitte. Am Ende immer wieder die Gesäßmuskulatur aktivieren, dann in der Position kurz halten. Das ist Übung Nummer eins. Übung Nummer zwei unten auf dem Boden ist die klassische Schulterbrücke. Sarah liegt in Rückenlage und hat die Füße schon in den Schlaufen. Die Hände liegen neben dem Gesäß. Und von hier wird das Becken nach oben gedrückt und langsam wieder runtergeführt. Kurz bevor das Becken wieder am Boden ist, drückt sie sich wieder hoch. Wichtig ist, dass du deinen Po recht schnell anspannst, wenn das Becken gehoben wird. Halte das nächste Mal oben an. Wie bei der Übung davor kannst du hier die Umlenkrolle locker lassen oder verankern. Wir haben sie hier jetzt geöffnet, das heißt es ist deutlich intensiver für sie. Wenn du das Level noch mehr steigern möchtest, geh mal runter mit dem Becken, richte dich wieder auf und entferne dann ein bisschen die Fersen weg von der Körpermitte, die Fersen wieder heranziehen und das Becken runterführen. Wenn du das machst, mach das noch ein, zwei Mal bitte. Wenn du das machst, achte immer auf die Po-Spannung. Das ist wirklich die Basis dieser Bewegung. Die Übungen beide wieder. 15 bis 20 Wiederholungen, zwei bis drei Durchgänge und dann hast du ein gutes Workout am Boden jetzt gehabt. Wie du siehst, ist und bleibt der Schling-Trainer einfach ein unglaublich tolles Trainingsgerät. Deswegen darf er nie in Vergessenheit geraten. Erst recht bei dem Sling, bei dem man die Umlenkrolle fixieren kann oder auch freilassen kann, um noch mehr Vielseitigkeit zu erzeugen. Wenn du an weiteren Videos interessiert bist, schau gerne in unseren Kanal. Bist du an FITTEAM Personal Training interessiert, klick einfach auf den Link.